Auch Teile der Türkei leiden derzeit unter Hochwasser und jetzt müssen dort auch viele Tiere in Sicherheit gebracht werden. Durch die heftigen Regenfälle im Nordosten des Landes wurden Zwinger für gerettete Straßenhunde überflutet. Helfer einer Tierschutzorganisation mussten die Tiere aus den Wassermassen tragen und dabei konnten 15 Hunde gerettet werden. Für unzählige andere Streuner kam aber jede Hilfe zu spät. Das schwere Hochwasser forderte bislang mindestens sechs Menschen. Das Leben, Hunderte wurden evakuiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017